Herzlich willkommen im Interkontinental in der Domstadt Köln. Bitte begleiten Sie mich auf eine Reise durch unser Hotel. Unser Hotel hat eine sehr zentrale Lage in der Domstadt, Fußnähe zum Dom und Fußnähe zum Shopping Meilen. Das Design unseres Hauses ist modern, aber dennoch gemütlich. Durch die guten Kontakte und das Wissen unseres Concierges vermitteln wir Ihnen authentische Erlebnisse, auch fernab von den touristischen Zielen. Wir möchten, dass Sie ganz individuelle Eindrücke mitnehmen. Das Interkontinental Köln hat 262 Zimmer, davon zwölf Suiten. Das Herzstück ist unsere Präsidentensuite. Gerne informiert unsere Reservierungsabteilung über die Raten, die Kategorien und Annehmlichkeiten. Unser Haus ist auch bei den Kölnern beliebt, die in unsere Herrischs New York Bar kommen oder an denen wir im Restaurant Marbeas genießen.